Hi, ich sitze hier mit Miklos Kirsch von der Vorentwicklung automatisiertes Fahren bei Audi. Und Miklos, du erklärst mir jetzt, was das Z-Fass ist und was es kann? Genau, ich versuche es mal. Ich habe hier mal eins mitgebracht. Das Z-Fass heißt zentrales Fahrerassistenz-Steuergerät und es ist zum ersten Mal, dass eine zentrale Architektur in einem Serienfahrzeug gebaut wurde, die die gesamte Fahrerassistenz und die ersten Schritte des automatischen Fahrens kann. Das heißt, das hat in etwa die Rechenkapazität wie das vorgehende Modell A8 insgesamt hatte mit allen Steuergeräten und die packen wir jetzt nur für die Fahrerassistenz unter den Fahrersitz. Wo steckt das heute jetzt schon drin? Das steckt heute im A8 und im frisch vorgestellten A7 und A6 drin. Da steckt es unter dem Fahrersitz und vereinigt alle Sensordaten. Hier hinten sieht man, es hat zum Beispiel größenseitig vor allem die Anschlüsse, die die Größe bestimmen. Das heißt, hier haben wir sechs Kameraeingänge, die parallel reingehen, das verarbeitet und sechs HD-Videostudien parallel zusätzlich zu allen anderen Sensoren, die reinkommen. Wo geht die Reise damit hin? Die Reise damit geht jetzt erstmal in Serie und in Dauererfahrung und die nächsten Schritte sind dann tatsächlich das schnellere Fahren auf der Autobahn und die nächste Generation der zentralen Computereinheit. Cool, dankeschön!